Pre Vizslas Minifigur stammt aus dem Set von 2013, 9525, Star Wars, Pre Vizslas, Mandalorian Fighter. Pre Vizsla hat ein Abkommen mit den Separatisten getroffen. Sein Plan, die Macht an sich zu reißen, kann nur durch Obi-Wan Kenobi verhindert werden. Pre Vizsla hat sich in den Kopf gesetzt, die Galaxis ins Verderben zu stürzen und zu vernichten. Im Set 9525 ist ein Paket mit einem Mandalorianer enthalten, der ihn mitverteidigt. Das Besondere ist sein dunkles, schwarzes Lichtschwert. Der Mandalorianer verteidigt sich nur durch eine Pistole. Das Besondere an dieser Pre Vizsla Minifigur ist, dass er einen vergoldeten Helm und vergoldete Teile an seiner Rüstung besitzt. Er hat eine Rüstung, einen Turbo-Uksack und... Er besitzt eine Robe mit einem Zeichen in hellblau, hat einen typischen Mandalorianer-Helm auf. Den gibt es nicht oft, weil da ist nur eine kleine Krone aufgemacht. Er hat eine Rüstung, einen